Danke! Leckt bei euch nicht oder? Nein. Gut, finde ich gut. Ich streame jetzt auch gerade auf dem gleichen Ding wie du, Sonny. Ah, ok. Live Stream, ja? Ja. Wollt. Hast du Kamera? Nee, noch nicht. Ich hole mir aber eine. Ja, ich baue auch eine. Wollt. 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 Trash nicht bei Regen oder Hagel. Kommt das bei euch auch? Bullshit. Kommt mir mal ein Glas in die Folge. Ja. Ey. Jo, was ist los? Schlechtwetterfront oder was? Ja. Ja. Capello im Sondergebot. Ist das nicht ein Capello hier? Hm. Jetzt kann ich hier verschiedene Farben auswählen, gell? Ja. Ja. Ich hab einen Weißen. Ja. Ja. Kommt nichts. Kommt nix. Rigo. Oh Gott. Wenn ich das schon wiedersehebe. Nein, das ist ja schwierig, die Lange auch schon noch. Thomas Thomas jetzt geht es los oder Wie viele Zuschauer hast du gerade, Sascha? Acht. Acht. Du? Vier. Du sollst ein Google-Konto haben, wenn du es über YouTube machst. Und dein Passwort halt noch wissen. Du sollst ein Google-Konto haben. Du hast nichts zum Zustimmen. Wie hast du es gemacht, über SMS? Deinen Code bekommen? Ja, das habe ich auch gemacht. Ja. Ja, oben rechts steht dann On-Air, ne? Ja. Du kannst es natürlich auch auf ganz Bildschirm machen. Da siehst du aber deine Kommentare nicht, falls jemand reinschreibt. Da rechts, wo das Männchen da abgebildet ist. Ja. Du kriegst geregend gut. Du 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 du. Wo du überhaupt der Thomas? Der schafft mal wieder nix. Der steht bei mir auf dem Weg! Bei mir fällt... ...dann dreht sie im Garten sind. Ja. Ja, ich bitte. Ich bitte mal schnell abziehen. Ja, mal wieder. Mit deiner Regierung, du. Ja, ja. Seid immer schlimm. Ja. Junge, Junge, hier geht's. Geht's bitte aus, seid's. Der Drecks geht, oh, ihr Verreckte. Scheißhunde, ich hasse die Hunde. Hat jemand die Null gewählt, Alter? Ich will Zuschauer achten, Dennis. Jetzt grad einen. Bei mir wird's aber ständig unterschiedlich. Oh, du kenn, nicht du, Alter. Die Drecks Hunde, ich hasse die Hunde. Sascha, du fährst mir jetzt unmittelbar entgegen. Nein, fahr ich nicht. Fahr ja runter. Achso, ja, stimmt. Ja, stimmt, hab ich gesehen. Weiß nicht. Keine Ahnung. Geh mal gucken. Auf der Runde bin ich dreimal. Der sah als Null. Ja, ja. Ja. Ja, ich kende ein. couple. Ahnung. ja komm fahrern so um den hänger schon leer gemacht er da oben stand also ich hab mal hier die scheiße dann weg auf der linken seite darf jetzt noch eine reihe gozinafragi beim becker raps 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 Jetzt habe ich Lattung genug. Wie wäre es, wenn mal einer bei mir vorbeikommt? Ich bin voll. Ja, ja, der kann ruhig kommen. Mach keine Wallungen da. Keine Wallungen. Hahahaha. Alter Friede. Ach guck mal, der lebt noch. Bist was? Bist dunkelgrün? Ja, sag mir Scheid, ne? Ja, es ist danach dunkelgrün, oder? Ja. Jetzt ist dunkelgrün und trotzdem gelb wäre da. Was für gelb? Ja, nein. Ich meine, bis es dunkelgrün wird. Auf der Karte meine ich. Ja, ist es schon. Kann man ja, kann man unterstellen die Zeit. Nein, es ist nicht dunkelgrün, es ist nur blau. Siehst du das nicht? Es ist ganz oben rechts. Bei mir ist es dunkelgrün. Nee, bei mir ist oben rechts blau. Also sieht hier jeder was anderes, wenn jetzt einer sagt, es ist rot, dann ist es verdorrt. Dann tut es mir leid, dann hat er aber dann seinen Spielenhänger. Ja, nein. Dann machen wir nochmal an, also bei mir ist es dunkelgrün. Also bei mir ist blau ganz oben einen Millimeter. Dunkelgrün heißt, dass es reif ist. Auf der Karte. Und ganz oben ist ein kleines Stückchen blau. Also darauf hin ist es nicht dunkelgrün. Bei mir schon. Bei mir nicht. Du bist blau. Öfters mal. Nee, ich trinke kein Alpohol. Naja, stimmt. Da haben wir was gemeinsam. Bei mir ist noch blau. Beklon. Beklon. Du personligt hænger auf, wenn wir die你看ere an her. Ich wollte gerade sagen, was machst du? Wer ist? Ja, das hat gerade so ausgehen, als ob du... Ja, dann warte ich kurz, warte. Als ich wach mache, als ob ich was... Als ob du da irgendwie weiterfahren willst oder so, hat es den Eindruck gemacht. Nein, nein. Ich habe dir den Augen gemerkt zum Klick. Ja, soll man hier mit den Mähdreschern besser Mais machen oder aber Silagen haben wir genug, oder? Doch können wir da entscheiden. Dann fahren wir hier die Mähdrescher hoch, weißt du? Okay, keine Ahnung. Ja, Silagen haben wir ja nichts frei. Wir müssten ja erstmal... Ich wollte gerade sagen, wir können ja eigentlich auch nichts abfahren, wir haben ja genug. Ja, schon. Das ist jetzt endlich fertig, ja? Dann lassen wir es noch einmal morgen werden. Der Schakka Hülle. Mami und Schakka Hülle drin, mit Heil. Stopp. Junge. Gut, Dennis. Was machst du? Achso, du hast mich gemeint. Sorry. Ja, die ganze Zeit. War nicht schlimm. Du hast mich immer noch nicht erfahren gestellt in Facebook. Ja, bis morgen früh, dass es gerade noch schön hell wird. Thomas, du musst mir noch mal ein Facebook-Fahrstellen. Ich habe komischerweise deine... Freundschaftsanfrage, nenne ich. Ja, aber wo willst du das alles unterbringen? Wir müssen ja erstmal drei Silos leer kriegen. Und bis das leer hast, Junge, da bist du dabei beschäftigt. Ich weiß nicht, das kann ich nur sagen. Ah ja. X-Moi. Kälst du die mal ordentlich alle nebeneinander auf der langen Wiese hin. Aber ordentlich nebeneinander. Fahr doch mal weg. Ja, die hinter dir. So wie sie entstehen hinter dir. Dann nimm gerade den Drescher mit hoch. Ja, gleich. Bringst du die zwei Anhänger mit? Ja. Nee, du nicht. Achso. Georgie. Der sitzt zur ersten Fall, der ist jetzt zurück. Ja, genau. Deswegen, das weiß ich nämlich nicht, welche sich da anklicke. Ja. Ich sage, die musst du rüberbringen. Wenn ich jetzt einen zurücksetze, dann ist das irgendein anderer, aber nicht der. Ja. No, dann. Buh, 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 buh. Wartest du, gefällt dir? Buh, du, 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 du. Achso. Die soll sich schon mal das alte angucken von gestern. Sie sollen meins auch angucken, also das war jetzt gerade nicht von gestern, aber von heute. Ich bin, ich mache jetzt nächste Woche, ich bin gerade dabei, mein Kumpel macht mit mir einen YouTube-Kanal gerade in Planung, wo LS-Videos und auch reale Videos von meiner Biogasanlage reinkommen. Und der Dennis, nackt. Was, ich lack? Nee, du bist nackt. Nee, ich bin nicht nackt. Auf dem Video dann, ja. Achso, nee. Ja gut, er wird es Zuschauer bekommen, also dafür kriegst du es bekommen. Ja, ohne Ende, wa? Ja, nur mal so kurz nebenbei, wie soll ich da jetzt rüberkommen über den Fluss? Ja, bin ich auch, hab zusammengeklappt, das Mähwerk zusammengeklappt und dann bin ich rüber. Da passe ich nicht durch. Doch, bin ich auch. Ja, kannst du mir noch die Sähmaschine richtig zusammenklappen, da die da halb auf der Draht steckt. Das sind wir uns ja sicher. Alter Schwede, halb zusammengeklapptes Ding, ey. Da krieg ich, da krieg ich Streitlauf, ey. Ja, ich weiß nicht, was du für Rohr bist da. Ja, ich hab' ja gar nicht gedacht, Rohr. Jetzt ist hier das Thema wieder über Rohre, oder was? Wir reden von Watterrohre. Ja, das weiß ich, das weiß ich, aber... Thomas hat ein Rohr. Na ja, Rohrchen. Wenn jetzt... Wenn du ein Rohr hast... Wenn du ein Rohr hast, Alter, das war gut, der war gut. Alles klar. Zu jeder Zeit. Okay. Mein Händler steht mit, naja, hol den. Das ist deiner. Hol den. So, es ist Adria, alles Lärchen, ja. Hab ich überhaupt meine... Stimmenübertragungen, ja. So, dann fahren wir mal. Das ist ein Rohr, ey. Servus Adrian, wie sieht's aus? Alles Lärchen bei dir, ja? Bist du Adrian, oder was? Oh Gott, im Himmel, ey. Der ist ja echt total durch, ne? Ja. Er hat nur Rohr im Kopf. Nur Rohre. Aber der hat Schlepphoden. Und was für Haare geht ihr. Ja. Was? Kann ich auch was für ihn nehmen? Haben wir noch einen? Nee, da ist er. Wer ist wohl noch einen? Warte. Okay. Der hat die Schlepphoden-Technik, der nächste. Boah, Hilfe. Steht da. Was für es geht nicht. Du gehst auch nicht. Wie, du musst gehen, wohin? Ach, hä? Was ist mit dem Köder? Bleib hier. Ja, und? Raus aus dem Fenster und fertig. Ich. Echt. Thomas. Was? Oder will mir jemand mal kurz einen Gefallen tun? Will mir jemand mal kurz gucken, ob mein Stream geht? Echt hast du bei mir schon schon geguckt? Sicher? Weil du bist da nur ein Zuschauer drauf. Sicher, dass du bei mir geguckt hast? Ja, genau. Ah ja, gut. Was hat sich gefällt mir gedrückt? Muss ich gleich mal gucken hier. Ach so, ja du, das passt schon. Die Show ist nicht so wichtig. Ja, hier waren auch ein paar Zuschauer. Jemand hat einen Kommentar in der Teil einer Aktivierten eingegeben, Philipp Wolf, was? 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 Adri, was geht? Alles klar bei dir, ja. Also er wird hier richtig gearbeitet, wie man sieht hier. vier im Einsatz hier Thomas ist der Sakhal ist am Start mit seinem Grün, der Thomas hat ein blaues ich hab ein gelbes und der Sascha hat ein weises und hier sind unsere ganze Maschinen hier hier sind unsere Häcksler Biogasanlage, Häcksler Anhänger Feldspritze Nohann Anhänger dann hier ist unsere volle Silos mit Silage, unserem fertigen Silage ist da drin dann rechts sind unsere ganze Substrate Fässer hier zum Abfahren von Substrate in der Biogas hier ist unser Futtermischwagen und Radlader dann hier Sämaschine für Getreide eins, zwei, drei, vier, fünf glaube ich ja hier ist Schnellkw dabei, den fahre ich meistens was gibt's sonst noch hier gibt's noch ne Sämaschine hier hinten ja 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 keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich denke doch mal, ja hier ist die Scheiße, hier stehe ich drin, ja ja, 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 passt, passt hier unsere andere Häcksler hier sind unsere andere Häcksler drin, da unsere andere Maschinen, ja, was willst du machen? okay okay also so zusammen vom Ein Like für meinen YouTube-Kanal würde ich dann auch gerne mal bekommen, wenn es gehen würde. Das ist keine Pflicht, aber gerne hätte ich einen Like, dann könnt ihr mich verfolgen. Es ist jeden Tag ein Stream ab und zu mal, wenn ich Lust habe, jeden Tag, wenn nicht alle zwei Tage. Freunden hier, alles, die ich so kennengelernt habe in meiner Laufbahn von Landwirtschaftssimulator 15. Ich glaube, es ist ein bisschen wie ein paar Mal im Saal mit einer Laufbahn-Laufbahn-Laufbahn-Kanal-Kanal. Scheiße! Ich bin mir daere Glocken. Wenn ich ein Achte, das Worte, dann will ich einen Authority aus. Vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn hier ein Like da gelassen wird. Ich würde mich freuen, wenn hier ein Like. Ich würde mich freuen, wenn hier ein Like da gelassen wird. Ja, Oma, guck mal, Schlappboden, ja. Alter, sieht das hier pervers aus mit den Medrettern, oder? Boah, die haben ja alle ein Rohr, ey. Thomas, warum wackelst du mit deinem? Ey, verwerf mich. Deiner hängt in der Mitte ein bisschen durch. Ja, einer fehlt ja noch, Thomas. Der Chaka. Naja, eigentlich muss ich in die Mitte, weil ich will das Video jetzt aufnehmen und dann ich komm mit der Kamera nicht rum. Thomas, fahr mal außen hin. Weil ich will euch ja alle drauf haben. Ey, warte mal. Ey, du hast doch was verloren, Thomas. Das war's. Ah, jetzt sieht das besser aus.